Hey Kinders und herzlich willkommen zu dem zweiten Spiel zwischen Olunu und William. Und bei diesem Spiel haben wir auch Sianon die Ehre. William wieder, wie im ersten Spiel auch, 110, 135, 155 Punkte. Olunu mit 120, 170 und 80 Punkten vertreten. Es ist eine mediterran offene Karte. Aber echt schwer eigentlich zu spielen, muss man sagen. Der ganze Krux dabei ist, wenn man sich das mal hier so ein bisschen anschaut. Man hat hier so eine Siedlung, aber zu beiden Seiten und in alle Richtungen Erhebungen. Das heißt, die Siedlung zwar zu haben ist echt nice, aber du kannst halt echt von überall außen hier am Rand beschossen werden. Einzige Ausnahme bildet hier oben. Dort hat man die Möglichkeit, ein bisschen besser zu agieren. Aber hier wird, also wer es schafft, hier die jeweils andere Kante zu erreichen und einzunehmen, wird es deutlich leichter haben. Oh, Olunu auf der roten Seite, spielen beide die Achsenmächter. Olunu auf der roten Seite fängt direkt mit einem Nashorn an. Vom Ligel. Mit einer leicht anderen Bemalung. Oh, das ist ja cool. Dadurch, dass sie so unsichtbar sind, sieht man die Nachladewaffen. Ja, fängt halt dort mit einem Nashorn an, will also gegnerische Panzer wegscopen. Hier ist ein Panzer T-26, das ist heute dieser leichte Scout, von dem wir ja so gesprochen haben. Unterstützt bin ein paar Schützen und Sturmschützen. Hier oben sind auch nochmal Schützen und eine Pack. Bin ja gespannt, wo sich bei denen der Fokus so drauf schließt. Eine Stuck 3 schließt sich hier unten noch an. Ein paar Sturmschützen, MG-42. Wasser bedeutet natürlich auch immer eingeschränkte Bewegung, ist aber hier nicht so omnipräsent wie bei der anderen Karte. Passt sich ganz gut ein. Hier, diese Siedlung wird auch interessant, weil sie ziemlich gerade gezogen ist. Also nicht perfekt gerade, aber doch ziemlich gerade. Und man dort, wenn man einen gewissen Punkt erreicht hat, es ein bisschen einfacher hat. Also sprich, wenn du hier bist, sitzt du eher gut drin. Und wenn du hier bist, sitzt du relativ gut drin. Wer es hier einmal nach vorne schafft, sollte eigentlich gut händen können, die Positionen auch zu festigen oder eventuell weite Vorstöße zu schaffen. Was ein bisschen traumatisch für die blaue Seite ist, dass mehr vom Tal und die Flaggen mehr im Tal angelegt sind. Das ist nämlich nicht positiv zu sehen, das ist negativ zu sehen. Diese Flagge kann einfach von hier oben viel leichter dominiert werden als umgekehrt. Also die blaue Seite ist die etwas undankbarere Seite, aber wir werden ja sehen, wie sich die beiden damit arrangieren. So, ein wenig haben sie schon aufgestellt. Hier unten kommt noch eine IG-18 hinzu. Nicht die IG-88, ne? Eine Stuck-4 ist auch vertreten. Sie hat ja die Stuck-3G als Gegner. Jetzt sind wir gespannt, wie sich das ergibt. Flagg 43, 37 mm ist auch direkt mit am Start. Wahrscheinlich wegen dem Nashorn, um es zu schützen. Hier oben hat sich noch nicht so viel weiter ergeben, bis auf, dass ein paar weitere Infanteristen hinzugekommen sind. Jetzt holen wir uns halt noch ein bisschen die Siedlung an. Die haben so einen schönen Sehen, ne? Nach der Kirchenmesser können wir alle noch hier unten ein bisschen schwimmen gehen. Ich bin ja gespannt, ob die Kirche hier das Spiel überleben wird. Und ja. Ja, da oben hat er wenig Präsenz tatsächlich. Ja, auch eigentlich. Also, klar, mehr Infanterie hat er, aber sonst gar nicht so harte Präsenz. Das setzt sich aber überall fort. Also, so viel ist, aha, hier unten, jetzt hat er einen ganzen Bulk an Infanteristen noch hin, nicht Infanteristen, an Spähwagen hinzugetan. Die Spähwagen können sowieso schon alleine, also hier der Puma, kann alleine schon einiges anrichten. In Verbindung mit einem, äh, ihnen unterstützenden Stück 4 in der Hinterhand, kann das aber noch viel heftiger sein. Spähwagen 231 sind auch zwei dabei. Ja. Allseits beliebte Taktik, äh, die Spähwagen ein wenig zusammenzufassen und damit ein wenig den Gegner zu waschen und, äh, zu nerven. So, und los geht es. Äh, wir bleiben mal hier so ein bisschen unten, weil hier tatsächlich, höchstwahrscheinlich die meisten Action abgeht. So, bin mir nicht todsicher, aber, oh, okay, ein Spähwagen ist auf der Strecke geblieben, der kommt jetzt nach. Ja, dann wird berupt, um vorbeizufahren. Spähwagen sind natürlich schnell, IG-18 ist auch unheimlich schnell mit dem Horsch an der Front angekommen. So, passive Stellung hier an der Kante ist natürlich nicht gut, weil Kante an Kante gewinnt rot, wie man sieht. Das wird jetzt hier interessant, das MG42 ist jetzt in Reichweite von Puma, der in der Fahrt das Feuer eröffnet, das MG42 aber nicht abholen kann. Ich würde es jetzt ausladen, wird Zeit. Ja, gut, das war es dann mit dem MG42. Leider zu spät, ausgeladen. Ja, hier oben werden die ersten Verteidigungsstellungen eingenommen, die Stuck arbeitet sich auch nach vorne. Und diese Sturmschützen haben Sicht gehabt auf die Spähwagen, die sich jetzt hier alle verteilen. Zwei Pumas und zwei Spähwagen-31. So, die Pumas, oder einer der Pumas nur, der andere wird nicht hinzugezogen, ist... Boah, der Puma hat es geschafft, die Stuck abzuschießen. Dafür ist einer der etwas publikeren Spähwagen-231 nur draufgegangen. Will man nicht meckern. So, dann, Nashorn stellt sich hier gut getarnt ins Gras und versucht natürlich irgendwas wegzusnipen, was da unten so langfährt. Hier oben ergibt sich irgendwas? Ne, tatsächlich nicht. Im Moment nicht. Was gefährlich sein könnte hier oben, ist... Er hat hier nur... Ne... Ne... Ne Geschütz, zur Verteidigung. Oh. Okay. Ja, das ist, wie gesagt, ein bisschen gefährlich. Die Sturmschützen hier unten, ähm... Ja, haben den Wald relativ sicher in der Hand. Der eine Spähwagen sind vorne. Wo denn wird abgeschossen? Ja, das ist natürlich gefährlich, als Sturmschützen hier so über die Lande, über die Straße gehen zu wollen. Die Schützen wollen jetzt nach vorne und wurden leider überrascht. Das Nashorn schießt von oben, okay. Und ein MG42 schießt auch von oben. Ja, die wollen alle hier rein. Die Häuser sind im Kampf. Die Sturmschützen, ähm... Die Panzerkrimadiere hier haben den Kürzern gezogen. Generell ist William hier besser da vorne gekommen, auch wenn das Haus jetzt explodiert ist. Also der erste große Handriff von Orlunu wurde zurückgeschlagen. Äh... Auch wenn das Nashorn von oben so ein bisschen aushalten durfte. Ja, das schießt jetzt auch mal wieder. Du bist doll, nein, du bist doll. So, hier oben... Er hat anscheinend jetzt gemerkt... Oh, oh, hier wird's gefährlich. Ich hab hier nur ein Geschütz. Äh... Zieht Infanterie nach. Das sollte, äh... Er hier langsam auch tun. Er wartet noch auf seinen, äh... Panzer T-26. 15. Der da ganz gemächlich, äh... nach oben fährt. Undxa... Wir hoffen, der kommt noch an... Nööööööööööööööö.... Hier sieht man halt... ...ehh... auch noch ne... Oh, hier ist eine Pack gegen IG-18. Sollte IG-18 genügen, eigentlich. Deswegen tut er jetzt die Pack weg. Packen. Oh Gott. Eine weitere Pack schießt jetzt auf IG-18 und die Sturmschützen sind den zwei Panzergrenadieren begegnet. Gegen zwei ist halt nie so schön. Deswegen will er jetzt die Sturmschützen wieder nachziehen. Hat aber vergessen, dann gibt es von oben Dresche. Da wurde eben schon die ganze Zeit geschossen. Naja, gut. Jetzt kommt er weg. Die Begleitgrenadier haben es nicht geschafft. Das war, soweit ich weiß, der Panzer. T-26, der da gerade den Kuma ausgestattet hat. Das ist ja nicht vertraglich. Hier, das wurde wahrscheinlich von Nason abgeschossen. Der da hier schön fröhlich auf die Truppen schießt. Ah, herrlich. Diesen Zaun nie wäre. Das ergibt sich hier oben. Schützen, Schützen, das fette Geschütz ist schon wenn. Den Panzer sollte er immer nachziehen. Die Schützen können sich gerade schlecht schützen. Die werden von den Pionieren außen dabei genommen. Die anderen Schützen kommen hinzu. Hier in der Mitte der Siedlung hat tatsächlich Olumu das Gebiet weiter nach vorne besetzt. Mutig, mutig, aber kaum Gegenwehr, weil die Infanterie hier sehr weit hinten ist und das Fahrzeug hier vorne vom Panzer T-26 platt gemacht wurde. Jetzt sind die Schützen noch auf dem Rückenwärtsweg. Jetzt sind Schockstarrer, nicht so gut für die. Wenn wir hier in die Siedlung sich noch mal kurz festsetzen, sammeln, dann kann man einen weiteren Vorstoß eventuell erwagen. Jetzt kommt noch mal ein Stück 3 und ich in die Begleitgenadiere an. Olumu immer noch mit leichten Vorteilen durch diese Flagge hier. Diese Schützen haben es schwer. Ganz viele Handbande bewegen sich. Machen sich tatsächlich aber gegen die Panzer T-26 in ihrer Nase, vor ihrer Nase, relativ gut. Da kann man nicht meckern. Er traut sich natürlich nicht, seine Kettenfahrzeuge hier nachzuholen, einfach weil hier oben überall eine Pack sein könnte. Seine Sturmschützen hier unten, haben es aber zusammengeschafft, die Infanterie zurückzudrängen. Die 2 Panzerquenterleger haben hier oben die Übel zurückgezogen. Ein MG-42 hier unten, hat keinerlei Auswirkungen. Im Grunde die Frontlinie, auch wenn sie hier so eingedrückt ist, interessiert niemanden richtig. Ein Multi-Rocket-Luncher kommt hier auf den Wald. Pionierführer ist raus. Den hat es erledigt. So, jetzt hat er 2 Flaggen in der Mitte eingenommen. Richtig gut gelaufen, was er für ihn, für Olunu. Jetzt hat er die Flagge hier auch noch eingenommen. Er ist viel zu passiv hier oben, der William, was ihn gar nicht so ähnlich sieht. Im ersten Spiel hat er ja bewiesen, dass er einige Sicken Moves drauf hat, um den Gegner ordentlich einzuheizen. Also, wundert mich schon fast. So, hier oben wird vorbereitet, um auch dort weiter nach vorne zu stoßen. Aber hier tut sich nichts. Das von einem Pionierführer begleitete Infanterie traut sich nicht an die Sturmschützen natürlich ran. Könnten sie aber machen. Sie haben hier einen Spähwagen, der ein bisschen weiter außerhalb, also so hier, eigentlich dazustoßen könnte. Ich bin von hier ja nichts zu befürchten, ne. Das ist aber immer einfacher gesagt, als man das dann hier sieht, ne. Oh, der Nashorn hat einiges abbekommen. Ich nehme mal an, genau, die Granatwerfer, 81 mm, sind dafür verantwortlich. Ja, die haben hier ordentlich das Gebiet verbrompt. Also, Olunu deutlich aggressiver am Start mit seinem 78. Sturm. Und William mit seiner 11. SS, freiwilligen Panzergrenadier Nordland, sehr stark im Moment in der Defensiven. Hat hier auch einfach ganz viele Geschütze, aber kaum vorrückende Infanterie oder Fahrzeuge. Ist natürlich unvorteilhaft. Hier unten bringt er noch ein indirektes Geschütz an den Start. Das MG42, sieht das denn? Ja, ist so. Ne, sieht gerade so nicht den Panzer T26. Der dürfte gerade so im Schatten sein, der Bäume. Die IG-88 feuern weiter auf eine alte Stellung. Also, lang werden sie nicht mehr feuern. Ja, aber auf diese Stellung dazu schießen, bringt ihnen halt einfach nichts. Da hat er ein Missplay gemacht, er wollte vorauszielen wahrscheinlich, aber hat vergessen, dem den Befehl wieder zurückzugeben. Jedenfalls feuern und feuern die dorthin ohne weiteren Grund. Die erste IG-18 ist leergeschossen. Und die zweite wird in, ja, zwölf Drehungen folgen. Mit der Stellung, so wie es jetzt ist, ist Olunu relativ zufrieden. Hier vorne gab es ein kleines Gemetzel, was leider die Pionierführer gekostet hat und auch die Panzergrenadiere hier, hätten es schaffen können, sind aber dabei draufgegangen. Weitere Infanterie folgt. Panzergrenadiere, Stück 4. Und zwei Kettenfahrzeuge als Scouts. Ja, spätestens jetzt, wenn die Sturmschützen, ähm, müssen wir in ihrem Element. Jetzt kommt noch Artilleriefeuer dazu. Da ziehen sie sich lieber zurück. Das heißt, ihr würd diesen Punkt eventuell verlieren. Oh, das ist natürlich schlecht. Die Sturmschützen ziehen sich, äh, zum unkünftigen Punkt zurück. Nämlich genau in die Feuerreichweite von den Kettenfahrzeugen und von der Stück 4. Oh, nee, die Sturmschützen schießt auf die Schützen, die gerade von hinten nachdrücken. Oh, der Punkt ist tatsächlich immer noch, äh, für Olunu. Ja, das ist zu viel Feuerkraft, die der gerade ballert. Also, jetzt hier. Abfeuern, heftig. So. Nebelwerfer sind am Start. Ist aber leer. Oh ja, Nebelwerfer hiermit geschießt jetzt, hier oben hin. Leider nicht so viel erreichen können wir mit. Oh, die Stub 3 hat die erste Opfer gefunden, ein Kettenfahrzeug. Folgt das zweite Kettenfahrzeug. Ne. Der erste Treffer trifft mich. Ah, die Packe hat auch noch mit geschossen. Äh, da hat er ganz schnell reagiert, den Rückwärtsgang wieder eingeschaltet. Die Panzerung gesprochen. Ne, er hat sogar Glück gehabt, die Panzerung ist auch nicht durchbrochen worden. Aber, äh, der hat jetzt diese Stellung hier verloren, äh, William. Ähm, der wahrscheinlich bald den nächsten Gegenangriff plant. Hier ist auch ein Multilocket Launcher aktiv. der auf das Nashorn und die Flak geht hat aber keine Todesopfer gehabt. Das Nashorn hier hatte einen Stelldichein anscheinend ist ordentlich in Panik geraten, hat es viel abbekommen, hat viel abbekommen die nicht vorhandene Panzerung ist komplett weg. Der Panzer hier unten ist auch weg das ist nicht so schön für Olunu, der jetzt nicht den Fehler machen darf und sich hier ausruhen darf Das MG42 hier ist sehr weit hinten geparkt, das müsste weiter vorne sein nochmal Raketen, die hier oben einschlagen wollen Oh, Kettenfahrzeug ist hinüber Die Stuck 4 kommt davon Nebelwerfer auch hier oben jetzt ganz viele geparkt Er hat auch echt Timing jetzt gerade gehabt Also das MG42 im richtigen Moment nach vorne bewegt was sonst die ganze Zeit da hinten gestanden hat Naja und auch hier wieder Multi-Rocket Launcher aktiv schießen In den Wald wollen die Stuck 3 damit erledigen Die denkt sich allerdings, nö Ich möchte im Moment einfach nur gerade mal Eier und Speck braten Ich reagiere nicht auf euch Ja, die hat gut standgehalten Hier sind wieder zwei Schützen unterwegs, die jetzt hier nach unten agieren Weil ja hier unten ein Geschütz war, wollen sie dieses natürlich jetzt zerstören Problem ist nur, da ist ein MG42, was halt auch schießt Jetzt braucht er die Unterstützung eigentlich von der Stuck Die nach vorne ziehen, auf das MG42 ballern Und dementsprechend dann auch nicht Also, okay, man muss sagen, die Schützen mit ihren zwei leichten MGs Von dem MG42, was entgegenhalten wird Aber jetzt wird noch das indirekte Feuer von der FKA 288 dazu Ja, sehr schönes Management Er zieht jetzt die Infanteristen einfach nach vorne, damit die gesplittet sind Man kann nicht auch beide gleichzeitig schießen So ist das einfach Und er schießt auf die alte Position, nicht auf die neue So, seine Reichweite wollen wir ausnutzen Im Moment sind die Schützen hier noch in der Reichweite drin Die eröffnen jetzt auch das Feuer auf das MG42 Und dürften das ziemlich bald einnehmen Wenn dort die JU 85 nicht dahin kommen wäre Aber die BR 509 direkt mit dem Folgekill Ja, nice Also, das war jetzt richtig nice Der Schützenführer ist jetzt da Das MG42 kann wieder schießen Äh, ja Ungünstig gelaufen, würde ich mal sagen Ja, die Pionieren kommen mit dem Stocken Durch das Kettenfahrzeug Der Schützenverein Der Schützen für die Der Schützen wäre jetzt Und eine Anzeige Die Schützen nach vorne Nach vorne Hier ein kurz Die Anderen Pionieren aus Schalten Das Nashorn wurde eingenehmelt Und jetzt ist hier Flugzeug gegen Flugzeug 90 stark angeschlagen luftabwehr sorgt für das westliche ja das sind zwei flugzeuge in kürzester zeit gegen wir hier oben jetzt in bedrängnis gerät zwei inkanteristen hat er nur noch hier oben entgegenzusetzen wir sind immer noch entfernt von der phase c der starken phase für william der schwachen phase für eine granate haben wir noch aber sie geben vorher auch kackel gelaufen und die panzergrenadiere hier was ist mit denen wenn sie das feuer als zweites eröffnen sind sie im nachhalt die eröffnung des feuer als zweites sind sowieso nur noch drei mann gegen zehn mann geben auch auf der punkt hier oben geht also verloren der punkt hier in der mitte wird nur noch von einem vertreten verdruck gehalten ist natürlich auch ordentlich schwer ja ich würde sagen hier oben die freund hat sich ganz schön erledigt für den der wieder mit seiner artillerie einfach mal rein hält leider moment nicht so viel erreicht damit gott die j 188 hat das letzte bisschen infanterie was sie im wald waren noch erledigt ich sag ja also diese diese kanten hier sind echt schwer denn hier großartig was zu machen schön für williams ist das wenigstens diesen punkt hier einnehmen konnte und moment nicht gerade so viel willen hat diesen punkt zurück einzunehmen was auch sehr sehr schwierig wird panzergrenadiere hier sind jetzt kaputt die artillerie ist echt viel am feuer da kann man ja gar nicht meckern das problem ist nur du hast wenig truppen die gerade die bewegung nach vorne umsetzen können dass hier zwei pioniere das hier ein pionier das warst du eine ar 200 sie ist abgeschossen und kostet den neigel ja dafür ist der neigel tot also der und die nächste j 87 segnet das zeitliche tja harte zeiten für william echt harte zeiten wie sieht sein plan aus was kann er machen phase c hat begonnen das heißt seine phase ist jetzt dran welche truppen zieht ihr nach im moment noch keine also er hat noch keine weiteren gestellt so jetzt hat er wieder punkte jetzt kann er wieder ausgehen wo kommt neues frisches blut an die front hier wird nichts gemacht hat sich nicht hier oben wird auch nur erst mal die nächste position gesichert aber dort wird wahrscheinlich alsbald nach vorne gehen nächste raketenwerfer schießt auf die stellung mit der flugabwehr und der artillerie also sehr schön kriegt aber nur unterdrückt sonst weiter passiert gar nichts hier tut sich auch nichts da kommen die ersten unterstützungen panzergrenadiere panzergrenadiere hier die artillerie weiter am feuern weiteren schützen möchte jetzt in richtung siedlung eigentlich vorgehen der gute schafft es aber nicht ganz dass das nas von hier weg ist im moment noch nicht so tragisch anscheinend die schützen die schützen machen mit den karabinern und den zwei leichten EGs ordentlich druck auf die pioniere die sich da nicht wirklich werden können haben zwar auch ein mg 34 aber nur karabiner ich glaube das wird echt übel für die hier ist ein schützen führer jetzt dazu bekommen hier oben auch nochmal panzergrenadiere und begleitgrenadiere ne pack 40 und begleitgrenadiere so meine ich der druck wird groß über zahl auf seiten von momentan die pioniere werden jetzt so ein bisschen rausgedrückt die stück schießt auf den spähwagen und der spähwagen ist direkt weg mit einem schuss das ist auch nicht gut gelaufen und hier smg 42 schießt auf die infanteristen die ziehen sich auch vorerst mal so ein bisschen zurück aber der panzer t 26 kümmert sich um dieses mg 42 das jetzt damit geschichte ist ein pionier hier und fünf pioniere hier leben noch die stürm schützen auch noch und dürfen gleich die panzerkunde die md 34 begrüßen mit einem audio motherfucker so wie die sturm schützen hier auch jemanden begrüßen werden die panzergrenadiere mit md 26 sind dann gleich in reichweite sind bald sie den Wald betreten jetzt musste ganz gut damit ne ok 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 die kommen anscheinend gerade so aneinander vorbei hier unten ist wieder ganz viel artilleriefeuer das mg 42 ist halt ausgeschaltet worden mit der pack anscheinend dafür ist die pack erledigt ja und die schützen die noch hier sind die werden jetzt gerade durch indirektes feuer geschossen ja der einzelne pionier hier denkt sich ich will hier weg ja hat sich erledigt du bist gefangen und damit 15 flangen gegen 9 ja der artilleriebeobachter nimmt das jetzt als ziel er weiß natürlich nicht dass wir nur ein panzergrenadier drin ist wenn er das wusste dann wird er sich das gespart hier oben durch inaktivitäten seitens von nun kommen die ersten infanteristen und stück 3 als stück 3g als verstärkung dazu ja gut er war zufrieden mit der position 16 zu 8 dadurch jetzt müsste er mit dem kettenfahrzeug noch einmal schnell hier durchfahren um die infanteristen ganz schnell zum aufgeben zu bringen die stürmschützen sind jetzt doch endgültig die schichten noch nicht überlassen hier wie gesagt die defensivere sind drei stück drei und dreimal konzentrieren es sind die ist auch noch mal drei also die magische zahl ist dreimal drei was haben wir denn hier da ist noch mal ein schneller bombe diesen hat seine 1000 kg bombe abgeworfen die stürmschützen sind jetzt doch endgültig die schichte und hier dieser diesen jet kommt davon dadurch passiert aber an der frontlinie oder an der linienführung nicht so viel 50 sekunden hat william noch um hier ist lang bereich zu aber tatsächlich glaube ich nicht so viel das ist einfach zu kurze zeit und zu viele flaggen die ihr einnehmen ist trotzdem von beiden spielern recht schön das gespielt und man hat einiges gesehen an der movements von william vor allem im ersten game von im zweiten game sieht man dass man aggressiv nach vorne gehen kann und auch eine artillerie übermacht einem dann nichts bringt weil truppen die sich bewegen können nicht so schnell von artillerie geschossen werden teamstatistik dürfte auch eindeutig sein man sieht es hier und nun 2180 gegen 1410 von williams ja damit eins zu eins ausgegangen im grunde ich wünsche euch was das ist